Oh, ein Déjà-vu, wieder DJK. Dritter Platz, DJK, Betreuer-Team. Stefan, Svenja, Stefan, Petra, Wolfgang, Daniela, Sebastian und Micha, bitte alle nach vorne. Glückwunsch. Also die brauchen wir jetzt vorne. Also Stefan, Silvia, Stefan, ihr kommt mal nach vorne. Und jetzt kriegt ihr natürlich die Bronze-Medalien. Ich finde das sehr toll. Alle mit der größten Vereine von Mahl haben natürlich auch die Mannschaft gestellt, die den dritten Platz gemacht haben. Jetzt könnt ihr alle schon mal rätseln. Wer hat denn den zweiten gemacht? Wer bleibt denn noch rüber?